Am Donnerstag, wie gesagt, ist die Eröffnungsfeier und wir haben halt, die Konchita kommt ja aus Bad Mitterndorf und wir versuchen diese Tradition, die da in Bad Mitterndorf im Salzkammergut eben besteht, zu verbinden mit dem Weltstar. Und sie war gleich bereit und das ist für uns echt eine tolle Sache, weil dadurch wiederum viele Menschen auch in anderen Genres von unserer Sportart erfahren und die Menschen eben motivieren, da mit dabei zu sein. Also war gar nicht viel Überredungskunst notwendig? Nein, muss ich echt sagen, sie hat gleich gesagt, ja mache ich. Finde ich wirklich toll. Ja und in dieser Zuspielung haben sie vielleicht auch einen...